Hallo, kommen wir zu einem weiteren Testvideo und zwar schauen wir uns mal jetzt auch einen Tee-Automaten an. Wir haben nämlich daneben einen Kaffee-Vollautomaten von der Firma Seco, die Incanto. Die haben wir in einem anderen Testvideo mal komplett gezeigt. Die stellen wir auch extra daneben, neben die Tee-Maschine von Nestlé. Die Maschine nennt sich Tee-Special. Das ist wie gesagt ein Tee-Automat, der tatsächlich mit, siehe da, Kapsel funktioniert. Tee-Kapseln gibt es ja mittlerweile auch schon doch etwas länger, zumindest in Frankreich etwas bekannter und natürlich auch dort etwas schon mehr durchgesetzt. Hier in Deutschland versucht jetzt natürlich auch die Firma Nestlé, aber auch so weit wie weit andere, jetzt mit Tee-Maschinen aufzukommen, die über Kapseln-Systeme funktionieren. Wie man sieht auch schon ungefähr von der Größe, dass man weiß, wie groß ist denn so ein Gerät. Also es ist wesentlich kleiner als ein Kaffee-Vollautomat. Kaffee-Vollautomat, Entschuldigung. Und hier ist wie gesagt die in roter Version erhältliche Tee-Special-Maschine. Die geht es natürlich auch in verschiedenen anderen Farben. Was kann man dazu sagen? Fangen wir mal grundsätzlich damit erstmal an. Sie kommt bei der Lieferung als Maschine komplett mit einem Wasserbehältnis daher, das sich dahinter befindet. Übrigens auch beleuchtet ist. Ich werde es gleich drehen, dann sieht man das. Dazu wird man bekommen, hier ist eine zugekaufte, ich bekam eine Packung mit dazu, die müsste eigentlich immer im Lieferumfang dabei sein. Da sind schon mal, ich glaube 30 verschiedene oder 15 verschiedene Teesorten drin, dass man mal weiß, welche Geschmacksrichtung man hat, um sich später dann seinen Tee zu kaufen, den man über Internet bestellen kann. Oder in Mediamärkten, Saturn, Hansa, wo auch immer man das kriegen kann. Ich glaube, bei Mediamarkt habe ich, glaube ich, das schon mal vorab 3,70 Euro bezahlt. Dafür ist so ungefähr der Preis. Online zu bestellen ist meistens so, das kann man natürlich auf der Nestlé-Seite selber, auf der Tee-Special-Seite natürlich auch erledigen. Da muss man, glaube ich, vier oder minimum fünf von diesen Tee-Boxen bestellen, wo dann insgesamt zehn Kapseln enthalten sind. Ja, das erstmal vorneweg. Das Gerät ist sehr einfach gebaut, man muss sich eigentlich um gar nichts kümmern, das ist an sich der große Clou an der ganzen Geschichte. Es geht also stark um Bequemlichkeit. Wer verschiedene Teesorten zubereitet, weiß, dass es eine bestimmte Zubereitungszeit gibt dafür, eine bestimmte Temperatur, sodass man seinen Tee genauso macht, dass er auch wirklich schmackhaft ist und nicht überbrüht oder unterbrüht oder zu kalt temperiert. Darauf kommt es ja immer an und das versucht die Maschine, dem User, also dem Kunden abzunehmen. Funktionsweise ist dergestalt beim Setup des Ganzen. Man muss nichts großartig zusammenbauen, außer, dass man den Tee-Kapsel-Aufwandbehälter entsprechend hier reinschiebt. Dann den Wasserbehälter, der sich dahinter befindet. So sieht er aus. Der enthält, glaube ich, bis zu ein, zwei Liter Wasser, reicht also völlig aus, mit einem Wasserfilter, der mit dazu kommt, damit das Wasser auch weicher wird, was bei Tee-Zubereitungen ja sehr, sehr, sehr wichtig ist. Der erhält auch ein paar hundert Liter, wie viel genauer, das weiß ich jetzt gar nicht, aber der ist sehr einfach einzubauen. Hier kommt das Wasser rein, hier ist entsprechend dann, das zeige ich auch mal kurz, eine Klappe, die macht man einfach auf und füllt das Wasser nach. Das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Man hängt sie hinten ein, das zeige ich auch ganz kurz. Ich drehe mal die Maschine ganz leicht. Wir sehen hier hinten zwei Haken, die auch hier bei einem Wasserbehälter entsprechend angebracht sind, an einem Plastikbehälter, das ist ein Kunststoffgehäuse. Es ist sehr, sehr leicht einzubauen. Das war es schon. Ich kann es nochmal zeigen, das kann man so schnell so den Wasserbehälter abnehmen, Wasserbehälter wieder reintun, unten aufsetzen. Hier sieht man auch die LED-Beleuchtung, sodass der Wassertank auch nachts eine coole Show macht. Das muss man wirklich sagen, aber nicht in verschiedenen Farben, das gibt es nur in LED-Weiß. Wir drehen sie kurz. Ich habe sie auch mal so gelassen, weil sie schon mittlerweile zwei Wochen im Einsatz ist. Oben, ich weiß nicht, ob man das genau sehen kann, ist es leicht eingestaubt, also ab und zu muss man es auch mal abwischen. Und hier ist auch schon der Einschaltknopf, das geht irre schnell, dann muss nicht speziell vorbereitet werden. Einfach einschalten. Dann wird diese Klappe, die aus einem Kunststoffmaterial besteht oder Aluminium, ich weiß es gar nicht genau, ist es schwer zu erfüllen. Hier kommt der Kapsel rein, das kennt ihr auch schon von Kaffeepad-Maschinen. Man nimmt sich sein Kaffeepad aus einem dieser Packung raus. Wir haben hier die Sorte Good Morning Sunshine Breakfast Black Tea. Wir schieben sie einfach mit dem Spitzenende hier rein, lassen sie hineinfallen, machen die Klappe zu. Und die Maschine hat jetzt schon die Tee-Kapsel-Sorte anhand der Signatur auf der Tee-Kapsel ausgelesen. Weiß also ziemlich genau, was es für ein Tee ist, wie viel Wasser es braucht und wie lange es dauert. Und drückt jetzt hier nur noch auf den grünen Knopf. So, wir stellen jetzt eine Taste natürlich runter. Da haben wir auch eine Taste schon fertig. Die nehmen wir uns. Die wird hier entsprechend runtergetan. Und wir drücken da drauf und schauen uns mal an, wie lange es dauert und wie laut es ist. Tolle, Brühvorgang startet. Und wie wir jetzt auch schon gehört haben, die Maschine ist sehr, sehr leise. Also ganz im Gegensatz zu einem Kaffee-Vollautomaten, der natürlich voll anfängt mit dem Mahlwerk zu brühen. Und die wird jetzt schubweise den Tee, Stück für Stück, den schwarzen Tee in dem Fall, in die Kaffeetasse auffüllen. Das geht jetzt also nicht in einem Durchrutsch. Das dauert etwas. Wir machen das jetzt mal in Realzeit. Ich schneide jetzt nichts zusammen, dass man weiß, wie lange es ungefähr dauert. Und dann ist der Tee auch schon trinkfertig. Und wie gesagt, nochmal ganz wichtig. Die Maschine weiß, das ist der große Vorteil, bei welcher Temperatur, wie lange muss der Tee aufgebrüllt werden. Und die Teemenge ist natürlich auch dosiert, deswegen ja auch die Kapseln, immer im Vergleich auch zu Kaffee-Ped-Maschinen und Kaffee-Kapsel-Maschinen. Auch sehr schön zu hören vielleicht, weil man wahrscheinlich so gut wie gar nichts hört. Die Teemaschine ist irre leise. Das heißt, man kann auch mitten in der Nacht, wenn man unbedingt will, sich einen Tee machen. Es gibt irre viele Teesorten. Man muss tatsächlich ein bisschen durchprobieren. Und deswegen auch sehr schön, dass man zum Start das Starter-Package hat mit den verschiedensten Tee-Kapseln. So, dass man weiß, welche Richtung einem doch zusagt und welche Geschmacksorten einem nicht zusagen. Ich vermute mal auch, dass Nestlé ständig neue Sorten herausbringt, dass man mal ein bisschen durchkosten kann. Wie gefiel zum Beispiel der Blueberry-Irgendwas-Schwarz-Tee. Den fand ich ganz lecker eigentlich. So, der Tee ist schon fertig. Wie man sieht, auch brühwarm. Und das war's. Tee ist durch. Er blinkt jetzt nicht mehr ständig die ganze Zeit, sondern das leuchtet so noch durchgehend. Und damit hat sich, ich kann meinen Tee auch testen. Wir wollen das mal probieren. Ich mache übrigens gerne immer einen Schuss Milch hinein zum schwarzen Tee. Also ein bisschen Englisch. So, was können wir noch zu der Maschine sagen? Außer, dass man sie ab und zu mal oben reinigen muss. Das Wasser zum Nachfüllen sehr, sehr easy gestaltet ist. Dieses Behältnis enthält ja natürlich dann die verbrauchten Tee-Kapseln. Wir zeigen das mal ein bisschen hier. Die sind hier drin. Wenn das voll ist, zeigt das auch an. Kann man ab und zu mal nachgucken und selber entnehmen. Wir nehmen mal eins heraus. Zeigen aber auch den Nachteil natürlich. Also einmal, der hat natürlich die Permaschinerie, die Tee-Kapseln, diese Aluminiumhaut aufgestochen. So, dass der Tee entsprechend ja auch durchlaufen kann mit dem Wasser zusammen. Und wird entsprechend dann entsorgt im Tee-Auffangbehälter. Der Tee-Auffangbehälter als solcher, das ist auch sehr schön zu sehen. Ich entnehme das Ganze. Das kann man nämlich auch in der Spülmaschine tun. Das Ganze ist sehr siffig. Und das ist natürlich klar, weil da bleibt ja noch Restwasser in den Tee-Kapseln drin. So, dass man dann ab und zu das Ganze sauber machen sollte. Es ist auch etwas schmierig. Das heißt, je länger man wartet mit dem Tee, wenn man sich vielleicht nur zwei Kapseln gemacht hat und dann wochenlang stehen lässt, viel Spaß beim Reinigen. Also, auf jeden Fall Spülmaschinen geeignet, aber auch bitte regelmäßig reinigen, damit dieser Siff auch mal rausgeht. Sonst müffelt es wahrscheinlich auch noch unangenehm. Das ist tatsächlich der Nachteil, aber es ist überhaupt kein Vergleich vom Reinigungsaufwand mit einem Kaffee voller Automaten. Das ist schon im Grunde genommen alles, was man reinigen muss. Zusätzlich mit dem Wasser-Auffangbehälter. Diese Maschinerie selber, man sieht es, wenn man das so aufmacht, dass es entsprechend dann auch herausfällt. So, kurz mal bücken. Der Kaffee-Kapsel ist noch warm. Man merkt auch, da ist noch ein bisschen Wasser drin. Das Sifft noch. Das kommt auch hier hinten raus. Das sieht man hier an der Hand, denke ich mal. So, wir tun das auch wieder in den Kaffeebehälter. Also in den T-Behälter hinein. Und den sollte man entleeren. Den muss man natürlich genauso auch sauber machen, weil der unten auch durchsifft. Ja, das war es schon im Großen und Ganzen. So, nachdem wir das jetzt entsprechend herausgenommen haben und geheinigt haben, ist das Ganze wieder einzusetzen. Das funktioniert auch sehr einfach. Man merkt das auch sehr schnell, wenn man falsch liegt. So geht es nicht rein. Also muss man es drehen. So funktioniert es dann eben entsprechend auch nicht. Das heißt, man kann eigentlich auch gar nicht viel falsch machen. Wieder hineintun und fertig ist die Geschichte. So, die T-Behälter weg. Das Ganze hier wieder entsprechend draufsetzen, so wie es entsprechend herum passt. Und das war es im Grunde genommen, Ascha. Das war es. Insofern auch so. Ja, die Klappe noch zu. Die T-Tapsel drauf. Und fertig ist die ganze Geschichte. Ja, was kann man sonst noch dazu sagen? Vom preislichen her, glaube ich, ist die T-Maschine mit ca. 100 Euro beziffert. Die T-Tapseln kosten, wenn man sie einzeln bestellt, im 10er Package um die 3,50 Euro umgerechnet. Achtung, es gibt bei Amazon Angebote, da habe ich schon gesehen, da kostet eine 10er Packung fast 10 Euro. Ich verstehe jetzt die Preischwankungen auch nicht unbedingt. Bei Nestlé auf der Special-T-Seite muss man tatsächlich auch, glaube ich, mindestens vier oder fünf Packungen bestellen. Sodass man auch auf die Versandkosten, glaube ich, sich sparen kann. Bitte immer mal genau drauf gucken. Ja, insgesamt, ich mag die Zubereitung. Das Wasser ist durch die Filterung auch natürlich sehr mild. Mir persönlich, es hängt tatsächlich immer von der T-Sorte ab. Es sind nicht die meisten, die mir bisher geschmeckt haben. Aber die paar, die geschmeckt haben, die waren sehr easy, waren sehr vollmundig. Das ist ja eine persönliche Geschmacksfrage letzten Endes. Allerdings auch der Vorteil ist tatsächlich die Bequemlichkeit. Ich brauche keinen Teebeutel mehr, es ist schnell gemacht. Ich muss nicht irgendwie aufpassen, wie lange ist die Brühzeit. Das nimmt mir alles die Maschine ab. Ein eigenes Sonderthema für sich ist selbstverständlich, das wollen wir natürlich nicht verschweigen, die Thematik mit den Kapseln überhaupt. Einerseits ungerechnet den Preis pro Kilo. Wie ähnlich bei den Kaffee-Kapsel-Maschinen, kostet ein Kilo. Also beim Kaffee ist es, da habe ich mir schon ausgerechnet, 60 bis 80 Euro kostet der Kaffee pro Kilo. Bei den Teesorten, weiß ich nicht, wird es wahrscheinlich etwas weniger zwar sein. Also ungerechnet auf ein Kilo bezahlt man natürlich sehr viel. Kauft sich dafür aber die Bequemlichkeit ein. Und der Umweltaspekt, der ist ja auch ein ganz großes Thema bei den Teemaschinen. Jetzt auch hier mit den Kapseleien. Dass man natürlich sagt, Mensch, warum muss das sein? Man kann doch einen Teebeutel nehmen, der ist biokompostierbar und so weiter und so weiter. Allerdings, Moment, diese Teekapseln, die aus Aluminium bestehen ja auch. Teilweise aus Kunststoff. Das obere ist Aluminiumhaut. Das untere ist eine Kunststoffeinheit. Die sind natürlich recycelbar. Das muss man natürlich dazu sagen. Also so einfach ist es ja nicht, dass wir das jetzt einen Haushaltsmittel schmeißen. Nein, diese Dinger gehören in den gelben Sack. Damit man das Aluminium auch wiederverwenden kann. Und auch natürlich den Kunststoff, der auch bei Joghurtbechern oder sonst wo mitverwendet wird. Ja, roundabout. Eine runde Geschichte. Wer kein Kapsel-Fan ist, natürlich, der wird sich so eine Maschine nicht holen. Ich selber fand es aus Befriedenlichkeitsaspekten einfach extrem genial, weil er einfach die Teesorten erkennt und genau weiß, wie lange er zu brühen hat. Die Reinigung selber nimmt kaum in Zeit in Anspruch. Im Gegensatz deswegen ja auch daneben stehen die Kaffeevollautomat. Also, eine schöne runde Sache. Fällt mir gut. Die Kaffeekapsel und überhaupt Kapselkritiker, die werden natürlich das Ganze jetzt nicht so toll finden.